Okay, hier ist nichts. So. Oh, so weit bist du schon, meine Fresse. Oh, nicht dieser Raum. So. Genug geguckt. Naja. Aber diesmal rushe ich hier einfach durch. Hm. Nein. Wieder auf den Tisch, du Penner. Hm. Da oben ist eh nichts drin, sehe ich hier schon. Hey. Ist da. So, haben wir da oben zufällig noch irgendwas. Einmal auf die Tasse. Oder aufs Glas da oben. Hallo. Verdammt. Ja. Null. In so einem Riesenraum ist nichts drin, das gibt's doch gar nicht. Ich muss irgendwas übersehen haben. Tja, bist du ganz alleine, ne? Ne, nix drin. Da wisst ihr wohl nicht, wohin was. Da geht's weiter. Und hier muss was drin sein, verdammt. Mehr als Gegner. Bitte. Ja, gut. So, und. Die Reise setzen wir jetzt mal fort nach dort. Wir haben nur noch acht Minuten. Oh mein Gott. Und wir müssen noch zwei Stück finden. Ach ja, natürlich. Vielleicht sehe ich auf dem Weg schon ein paar. Aber während er mir alles zeigt. Da hinten sehe ich einen. Gut, dann gehen wir erstmal nach hier. Und holen uns den hier. Der da vorne gleich ist. Und Moment, oh porfum. Da. So, ich werde jetzt wieder die ganze Zeit verfolgt, oder was? So. Ich finde es aber irgendwie faszinierend. Wie mir alle folgen, egal was ich bin, eben gehört. War eben zumindest so. Mhm. Mach hin. Du Holzfuß. Hm. Da. Dann wollen wir nochmal nach dort. oben, wo eben, äh, wo vorhin, oder ne, vorhin, wo ja auch der echte war. Also der echte, der weiße Minikit, also das weiße Minikit-Teil. Aber hier ist es nicht. Dann mal weiter nach hier. Oh, laggy. Lalalala laggy. So. Mhm. Ja. Ja, kann denn mal sein. Das olle Schwein. Äh, wo? Oh, Leute. Geht mir nicht auf den Keks. Hm. Ich weiß echt nicht, wo das Ding sein kann. Hm. Hier hinten auch nicht. Hm. Schade. Nee. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch Zeit. Ich habe keine Lust, wieder den ganzen Weg zurückzurennen. Genauso wenig wie ich... Genauso wenig... Genauso wenig Lust habe ich auch... ...den ganzen scheiß Level nochmal zu spielen. Ich beende den Level jetzt, indem ich hier alle Typen befreie. Ha. Was war das denn für ein Sprung? Warum ist hier nichts drin? Ach, Mann. Gar nicht nervig. Nee. So Den aktiviere ich jetzt noch und dann muss ich wahrscheinlich diesen scheiß Level neu spielen, weil dieser Kack hier Du hast nicht alle ziehen können, dass du gesammelt Ja, weiß ich, neulich dran Ach, Manno Also Nochmal Du bist ein Held Ne, hier ist nichts Hier war auch nur einer Zumindest habe ich nur einen gesehen Ach, weißt du, das ist mir zu doof Ach, Manno Ach, Manno Ach, Manno Ach, Manno